Herzlich Willkommen ihr Lieben zu einem neuen Video. Ich bin Eva und ich habe heute Morgen total entsetzt festgestellt, dass mein letzter Lesemonat im März erschienen ist, weshalb ich euch heute die Lesemonate April, Mai und Juni vorstellen möchte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit! Ich habe heute drei Lesemonate für euch und das ist schon eine ganze Menge. Es ist tatsächlich eigentlich so, dass man annehmen könnte, ich hätte jetzt super viele Bücher, die ich euch vorstellen müsste. Leider ist dem nicht so, weil ich ja seit Anfang des Jahres irgendwie so ein bisschen in einer Leseflaute stecke und deshalb nicht ganz so viel gelesen habe, wie ich eigentlich wollte. Insgesamt sind es neun Bücher bisher, aber fünf davon stelle ich euch heute vor. Und zwar hat mein Lesemonat April mit diesem schönen Buchschatz angefangen. Schimmert die Nacht von Maggie Stiefvater stand schon sehr, sehr lange auf meiner Wunschliste und ich muss gerade mal gucken, dass ich heller werde wieder. Dieses Buch stand sehr lange auf meiner Wunschliste und dann im Endeffekt gar nicht so lange auf meinem Sub unbedingt, denn nachdem ich das hatte, musste ich es lesen. Es ist ein kleiner Sprint auf der Mercy Falls Trilogie von Nach dem Sommer ruht das Licht in deinen Augen. Es geht dort um die Mercy Falls Wölfe. So, da hat sich leider mein Akku gerade einmal ganz kurz verabschiedet, aber kommen wir zurück zu Schimmert die Nacht. Es geht darin um die Mercy Falls Wölfe, bei denen es sich ja so ein bisschen um Gestaltwandler handelt und das ist der Grund, warum ich letztendlich zu diesem Spin-Off Buch gegriffen habe, weil ich auf jeden Fall mal wieder Lust auf ein bisschen Fantasy hatte und insbesondere auf Gestaltwandler sowie Werwölfe. Und das ist hier ja nun der Fall. Außerdem hat mir Maggie Stiefvaters, schreibt sie bisher, immer sehr, sehr zugesagt und deswegen hat mir dann auch dieses Buch auf jeden Fall sehr gut gefallen. Es ist nun so gesehen ein bisschen ein vierter Band, auch wenn er uns hauptsächlich mit den Charakteren Isabel und Cole begleitet. Wenn ihr also die Trilogie beendet habt und unbedingt wissen möchtet, wie es Isabel und Cole geht, das waren nämlich damals auch meine beiden Lieblingscharaktere, dann solltet ihr unbedingt zu Schimmert die Nacht greifen. Es ist so ein schönes Buch. Und ich möchte euch jetzt nicht vorlesen, worum es geht, denn es ist natürlich so ein bisschen Spoiler, falls man die Trilogie doch noch nicht gelesen hat. Aber schaut gerne mal in meiner Rezension vorbei. Die ist hier auf meinem Kanal bereits erschienen und auch auf meinem Blog. Deswegen guckt gerne meine Infobox, da findet ihr auf jeden Fall mein Video zu diesem Buch. Weiter geht es nun mit Büchern, bei denen ich nicht gerechnet hätte, damit, dass ich sie nochmal lesen werde. Und zwar mit dieser Trilogie. Das ist die Paper Trilogie von Aaron Watt. Das ist übrigens ein Duo von Autorinnen. Allerdings weiß ich gerade nicht so genau, wer sich dahinter verbirgt. Angefangen hat diese Trilogie mit Paper Princess. Und Paper Princess ist ein Buch, das ich in einer kleinen Buchhandlung gefunden habe in Wildeshausen, als wir da einen Zwischenstopp hatten im Auto. und mir einfach mal wieder nach Buch shoppen und gucken und schnuppern war. Da habe ich dieses Paper Princess gesehen und ich musste es einfach haben. Da wollte ich ursprünglich schon den zweiten Band direkt mitnehmen, habe es aber gelassen, weil ich befürchtet hatte, dass Paper Princess erstmal auf meinem Sub verrotten wird, wie es so viele Bücher manchmal leider tun. Aber ich habe das direkt gelesen und ich lese euch jetzt vor, worum es geht. Seit dem Tod ihrer Mutter schlägt sich Ella Harper alleine durch. Tagsüber sitzt sie in der Schule, nachts arbeitet sie in einer Bar, dann steht plötzlich der Multimillionär Cullum Royal vor ihr. Er behauptet ihr Vormund zu sein und nimmt Ella kurzerhand mit in seine Villa. Aus ihrem ärmlichen Leben kommt Ella in eine Welt voller Luxus. Doch bald merkt sie, dass mit dieser Familie etwas nicht stimmt. Canons fünf Söhne begegnen ihr mit Feindseligkeit. Besonders einer von ihnen macht Ella das Leben schwer. Und trotzdem knistert es gewaltig zwischen ihnen. Ob aus Hass noch Liebe werden kann. Und ich kann euch sagen, da knistert es wirklich sehr, 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 sehr gewaltig und die Liebe nimmt irgendwann überhand. Aber das ist natürlich bei diesem Buch vorprogrammiert, denn es handelt sich um einen Erotik-Roman, der sich für mich am Anfang sehr stark so ein bisschen nach Fifty Shades of Grey angehört hat. Glücklicherweise allerdings nur ähnliche Züge annimmt, aber letztendlich sich nicht damit vergleichen lässt. Für mich war es ein bisschen schwierig, in diesen ersten Band einzukommen. Es ist relativ spontan gewesen, dass man eingestiegen ist. Also der Einstieg war wirklich relativ abrupt. Ella ist als Ich-Person aufgetreten und wir haben erst gar nicht viel über sie erfahren. Wir sind mitten im Geschehen und das leider ein bisschen zu schnell, wie ich fand. Aber wenn man sich erstmal durch die ersten Seiten durchgekämpft hat, dann lief es wirklich gut. Die anfängliche Oberflächlichkeit und die anfängliche so nahe, ob das jetzt wirklich alles so der Realität entspricht, sag ich mal, oder realitätsnahe ist vielmehr. Da waren natürlich Zweifel da, aber das verfängt sich mit der Zeit. Wenn ihr euch also wirklich die Zeit nimmt, hier weiterzulesen und über diese Hürde hinauszulesen, dann ist das Buch wirklich unfassbar gut und mir konnte es eine sehr schöne Lesezeit geben. Genauso war es dann auch mit Band 2, Paper Prints und Band 3, Paper Palace der Fall. Ich habe diese beiden Bücher relativ zeitnah danach gekauft. Ich glaube, direkt am nächsten Tag musste ich in die Buchhandlung und habe diese beiden Wände gekauft und habe den zweiten Band tatsächlich auch an einem Tag durchgelesen und den dritten auch relativ flott, wenn man bedenkt, dass ich vorher eine Leseflaute hatte. Das waren übrigens mein sechstes, siebtes und achtes Buch in diesem Jahr und die sind beide jetzt so in anderthalb Monaten von mir weggelesen worden, was ich wirklich gar nicht so schlecht fand. Also diese drei Bücher haben mir wirklich eine sehr schöne Lesezeit beschwert und ich bin sehr froh, dass sie mich durch das Jahr 2017 begleitet haben. Ihr dürft gerne mal reinschauen in die Infobox, dort habe ich euch nämlich meine Rezensionen verlinkt. Auf meinem Blog hat jedes Band einzeln, jeder Band einzeln eine Rezension bekommen. Auf meinem Kanal habe ich ein Video über alle drei Bücher gemacht. Aber keine Sorge, wenn ihr den ersten Band natürlich noch nicht gelesen habt, ich habe über den ersten Band, das ist hier Paper Princess, habe ich erstmal einzeln gesprochen und habe dann natürlich auch eine Warnung ausgesprochen, dass ihr nicht weiterschauen dürft, wenn ihr noch nicht meine Meinung zu Band 2 und 3 hören wollt. Ihr könnt euch quasi also die Rezension zum ersten Band auch einzeln anschauen und dann erst die Meinung zu Band 2 und 3, wenn ihr es denn hören wollt. Schaut dafür einfach mal in der Infobox vorbei, da findet ihr die Links. Und nun kommen wir zu meinem letzten gelesenen Buch, was ich jetzt gerade heute Morgen beendet habe. Also eigentlich, wenn das Video ankommt, heute vor einer Woche. Deswegen ist am letzten Samstag wahrscheinlich auch schon meine Rezension dazu online gegangen. Und zwar ist die Rede von Achtnacht, Sebastian Vizek. Ich habe es im Juli beendet, aber ich zähle es noch zu meinen Juni gelesenen Büchern, weil ich es da natürlich begonnen habe. Und da zählt es für mich mit rein. Diese 400 Seiten von Sebastian Vizek haben sich ebenfalls sehr, sehr gut weggelesen. Ich glaube, ich habe eine knappe Woche gebraucht, um das Buch zu beenden. Zehn Tage, wenn es hochkommt. Und konnte es super flüssig eigentlich durchlesen. Zwischendurch bin ich nicht viel vorangekommen, weil ich einfach viel um die Ohren hatte. Aber habe jetzt heute Morgen nochmal einen Run hingelegt. Gestern Abend bin ich noch zum Lesen gekommen. Und am Anfang, der Anfang hat sich auch relativ schnell flüssig durchgelesen. Es ist begleitet vom typischen Sebastian Vizek-Stil. Aber ich lese euch jetzt erstmal vor, worum es geht. Dieser Thriller ist nämlich von dem Film The Purge beeinflusst worden. Oder inspiriert worden, sage ich mal. Und deswegen seid mal gespannt. Stellen Sie sich vor, es gäbe eine Todeslotterie. Sie könnten den Namen eines verhassten Menschen in einen Lostopf werfen. In der Achtnacht. Am 8.8. jeden Jahres würde aus allen Vorschlägen ein Name gezogen. Der Auserwählte wäre eine Achtnacht lang vogelfrei geächtet. Jeder in Deutschland dürfte ihn straffrei töten und würde mit einem Kopfgeld von 10 Millionen Euro belohnt. Das ist kein Gedankenspiel, sondern bitterer Ernst. Es ist ein massenpsychologisches Experiment, das aus dem Ruder lief. Und ihr Name wurde gezogen. Es ist ein Experiment, das aus dem Ruder lief, das im Endeffekt dein Leben drohen kann. Es ist ein super interessantes Buch, was die menschliche Psyche angeht. Und was mich einfach so fasziniert, ist, dass es wirklich zur heutigen Zeit im heutigen Deutschland in Berlin spielen soll. Und das ist der Hammer. Also das ist einfach so, das bringt uns die ganze Situation viel, viel näher, als es jetzt zum Beispiel der Film The Purge, was es ja in den USA spielt und was auch noch in der Zukunft spielt, als was es das könnte. Und Sebastian Fitzsack hat das Ganze einfach mal auf die heutige Zeit übertragen und hat uns quasi auferzählt, was das für Folgen haben kann für unsere Gesellschaft und vielleicht sogar für unser eigenes Leben. Und wie gesagt, schaut da gerne meine Infobox vorbei. Auch dazu ist die Rezension mir bereits online gegangen. Zumindest habe ich sie vorhin schon aufgenommen. Und tippen muss ich sie jetzt noch. Ich weiß allerdings nicht. Vielleicht ist sie schon online gegangen auf meinem Blog, dann seht ihr das auch in der Infobox. Und mehr will ich auch gar nicht dazu sagen. Nur, dass ich mittlerweile eine sehr begeisterte Sebastian Fitzsack-Geserin bin. Und das waren sie auch schon wieder. Meine fünf Bücher aus dem Monat April, Mai und Juni. Das ist ein Monat. Genau. Ein Monat. Wir haben mittlerweile schon Juli und ich bin echt gespannt, womit jetzt meine Lesezeit weitergehen wird. Ich habe nämlich ehrlich gesagt noch nicht so die Ahnung, womit ich jetzt weiterlesen möchte. Habt ihr vielleicht ein paar Tipps für mich, was ich jetzt noch lesen könnte? Oder habt ihr diese fünf Bücher, habt ihr eins davon schon mal gelesen? Falls ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Oder welches ihr davon vielleicht noch mal lesen wollen würdet. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Kommentar von euch freuen. Und ansonsten kann ich an dieser Stelle, glaube ich, noch mal sagen, dass mein Monatsgewinn-Spiel Juni momentan noch läuft. Ich weiß, dass es dort ein Fantasy-Buch zu gewinnen gibt. Und ihr könnt noch bis zum Sonntag, also bis zum 16.07. könnt ihr noch daran teilnehmen, indem ihr einen Kommentar schreibt. Schreibt ihr in den Lost-Top. Das Video kann ich euch ebenfalls unten noch mal verlinken, falls ihr Interesse habt, ein Fantasy-Buch zu gewinnen als Monatsgewinn-Spiel Juni. Schaut da gerne mal rein. Ich lese da nämlich am kommenden Montag aus. Ja, und ich werde mich jetzt mal daran machen, herauszufinden, was ich als nächstes lesen werde. Und wenn ihr das schon wissen wollt, bevor... Naja, ich es letztendlich unter diesem Video ja sagen kann, weil ich es momentan noch gar nicht weiß, dann schaut gerne mal bei Instagram oder Facebook vorbei. Da halte ich euch nämlich immer auf dem Laufenden. Und weil jetzt ja noch theoretisch einfach eure Puffer ist, werde ich das euch bis heute eigentlich schon dort verraten haben. Also wenn ihr es unbedingt wissen wollt, schaut gerne mal da vorbei. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Und einen Daumen nach oben, wenn ich endlich mal mehr Lesermonate machen soll. Yay! Ich weiß, dass ich mehr Lesermonate machen muss. Shame on me. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass du bis hierhin dabei warst. Und wenn du auch weiterhin dabei bleiben würdest, würde ich mich sehr freuen. Deswegen sehen wir uns entweder in den Kommentaren oder hoffentlich in meinem nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020